Gibt aber keine Unterschiede, nur die Farbe ist was anderes. Genau, nur die Farbe ist ein bisschen anders. So, dann resette ich mal die Uhr, wa? Weil im Grunde habt ihr jetzt 15 Minuten Zeit mit dem Zeug, was in der Kiste ist. Ihr könnt natürlich auch noch was nachverlangen. Ja. Irgendwas Geiles zu bauen, Red Zone-lastig oder nicht, also ist ganz egal. Hauptsache, es muss cool sein. Was denn? Oh nein, dass du was bauen musst? Wie gesagt, muss nix mit Red Zone sein, kann auch irgendwas anderes Kreatives sein, irgendwas was cooles, was uns flasht. Kann auch nur gut aussehen, also je nachdem. Genau, wenn ihr gut dekorieren könnt, könnt ihr das natürlich auch machen. Genau, mach was ihr meint. Und wenn ihr irgendwas brauchst an Blöcken, dann einfach Bescheid sagen oder ihr natürlich, dann geben wir euch das zeitnah. Also wie gesagt, nicht nur mit dem, was in der Kiste ist, ihr könnt verlangen, was ihr wollt. Jetzt kommt mit ja schon wieder mein Bild. Oh, warte, ich gebe euch allen nochmal eine Spitzsacke. So, Werkbank liegt hinter dir, crazy. Eier kommen vor mir. Die, wir nennen sie alle extra, ne? Ja. Hat denn jeder eine Werkbank jetzt? Ne, noch nicht. Ich hatte jetzt nur auf Zuruf gemacht. Achso. Wie du, es braucht eine? Ja, und, ähm, am besten nicht gucken, was die anderen bauen und nur, wenn es geht in den blauen, also in eurem Bereich. So, ich, äh, starte jetzt die Zeit, ne? Genau, also ihr könnt losbauen. Hui. Ach ja, und wer fertig ist, ähm, gibt der Maschine noch einen Namen, dafür habt ihr die Schilder. Und drückt dann das Redstone-Licht, was über eure Kiste ist. Okay, muss auch kein Name sein, es reicht auch eine Beschreibung, was sie macht. Oder machen soll, im, äh, schlimmsten Fall. Genau. Ähm, oder, sag mal, darf man ein Haus bauen? Hier ein kleines Schnellf? Ja, genau. Äh, ja, genau, genau. Also, ne, Spawn-Eier, äh, gibt's, wofür? Für Creeper. Ich brauch Creeper für die anderen Spiele. Ne, will jetzt wahrscheinlich einfach 2000 Hähnchen spawnen und dann die anderen auslecken. Weil er den übelsten High-End-Rechner. Ja, es darf auch was Perverses enthalten. Oh mein Gott, da mach ich aus. Gerne sogar. Gerne sogar. Mein Gott, das habt ihr gesagt. Ja, gerne sogar. Ich bin der Anstandsdebite und trinke grad was. Okay, dann, ja, dann bau mich. Mir egal. Und wie gesagt, 15 Minuten, die ersten Battles, die waren ja noch relativ zeit... Ja, pinke Wolle schmeiß ich dir zu, Entschuldigung. Unbegrenzt. Oh, ich weiß schon, was es wird. Ich auch. Genau. Du brauchst bestimmt mehrere Farben von Pink, oder? Ich kann dir auch noch Spinnenweben geben. Ma. Ja, rote Wolle noch. Schulte möchte Stone? Gerne. Irgendjemand ist schon wieder aus der Skype-Config geflogen. Oh, Schulkloße. Ich glaube, er hat nicht mehr so eine hohe Chance. Ja, ich glaube auch jetzt nicht. Crazy möchte Grasblöcke. Mein Gott, das ist die anspruchsvollste Baurunde. Ja, ist es auch. Also, hab ich. Hab ich ihm gegeben schon. Guck mal. Ja, er wird behindert von Hähnchen. Töte die doch mal. Ja, ich töte die. Ich geb die einfach mit dem Knüppel, ja. Ja. Weißt du, bei mir hätten die Hähnchen doch eine faire Chance gehabt, mit dem Knüppel abzuhauen. Aber bei dir, ey. Du weißt du recht, Armageddon hinauf. Alle tot. Genau. Waren nur 117 Stück, Ted. Das passiert alle 64 Millionen Jahre übrigens. Alle tot? Ja, 80 Prozent der Spezies. Hab ich letztens noch gesehen. Geil, ey. Krass. Ja. Und man weiß sogar, warum das so sein könnte. Warum? Weil nämlich unsere Milchstraße, ja, sich ja durch den Raum bewegt, ne. Die steht ja nicht still im Raum. Ja. Und schiebt dabei so eine hochenergetische Welle vor sich her. Ja, ich erklär das jetzt einfach mal. Ja, sehr gut. Und unser Sonnensystem fliegt quasi in so Schwingungen durch die Milchstraße durch. Aha, okay. Also durch unsere Galaxie. Und dann sind wir alle 64 Millionen Jahre außen am Rand, dass wir diese hochenergetische Strahlung abbekommen. Krass, ne? Schon nicht schlecht. Hast du verstanden, ne? Doch. Okay. Geil. Ich hab direkt schon ein Konzept dagegen. Boah. Ich hab ja nebenbei noch Physik studiert. Ah, okay. Stimmt ja. Stimmt, ich vergesse das immer. Ja, deswegen. Quantenphysik, ne? Ja, hauptsächlich. Ne Schere? Äh, ja. Wo bist du denn? Hier, äh. Äh, hier, da. Hier, äh. Äh, 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 äh. Da, ne Schere. Oh, guck mal. K-Scrap, das wäre abwesend. Schon wieder im anderen Tugel sein. Ja, echt, ey. Krass, ey. Ich find das auch heftig. Aber das, was du in der letzten Aufnahme gebaut hast, das musst du unbedingt nochmal bauen. Ja, da kommt dann, äh, Version 3.0 irgendwann. Ja, sehr gut. Was hat man denn da gebaut? Nichts? Eine Überraschung. Ich war auf K, weißt du noch. Achso. Aber du hast die Map doch resettet. Ja, deswegen muss er es ja nochmal bauen. Aha. Du darfst halt nicht gegen meine Plattform bauen. Ein riesiger Koloss, der das andere kaputt schießen möchte. Krass. Ihr baut bestimmt so eine Schrotflinte, womit ihr in mein Haus schießt, gleich so eine überdimensionale. Oh, Schulkloster ist schon wieder raus. Ja, ich glaub, er hat nicht mehr so eine hohe Chance. Ne, ich glaub auch nicht. Welches Feld hatte er denn? Hier, dieses, ne? Ja. Okay. Was baut der denn? Ich weiß es, aber vielleicht hat er ja supergeil. Da ist er wieder. Und es geht direkt weiter. Vielleicht schafft er es ja dennoch. Ich mein, Internetprobleme können ja auch nur temporär sein, ne? Ja. Hoffentlich. Wie ich mal, als mein Router abgeraucht ist. Ja, hat ja auch schon öfter mal. Aber halt bekomme ich ja meinen neuen Router. Ich wollte mir auch noch einen bestellen, also noch einen Anbieter. Peter, jetzt musst du was sagen. Der tyrannisiert mich hier schon wieder. Ja, was soll das denn, Ted? Das kannst du doch nicht machen. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja, also. Ich mach gar nichts. Kannst du nicht deine Komplexe immer auf andere ausleben? Nee. Nee, echt nicht? Ja, doch, manchmal schon. Das funktioniert aber doch so schön. Aber der hat's verdient. Okay, das sieht noch gar nicht so schlecht aus, wie wenn er hier baut. Aber jetzt, jetzt kriegst du hier. Was, ich? Ich mach doch nichts. Ich mach nichts. Hilfe. Klipze. Ich mach nichts. Uh. Uh. Ich fliehe hier durch diesen, durch dieses enge Ding, wo ich nicht durchkomme. Oh, ich nerve, glaube ich. Was macht's denn da die ganze Zeit? Ich fliehe hier mal rum. Das ist der Hammer. Deswegen hab ich meine Plattform. Ach so rum. Ja. Ach so. Der Ted kann nicht konzentriert hier bei den vier Plattformen bleiben. Nee, guck mal, ich hab so'n Stock hier. Der geht bei dir aber nicht. Nee, der geht auch nicht. Hahaha. Der muss golden sein. Guck mal. Guck mal, der... Ah. Was muss golden sein? Der Stock. Muss vergoldet sein. Ach so. Crazy, was war? Was wolltest du? Ja, Entschuldigung. Glas. Ah, okay. Ah, okay. Ich werfe auch noch welches hin. Gleich ist einfach ein Inventar voll so, maa. Genau. Muss erst mal leer machen und Zeit vorplempern. Heroes fragt, wie lange noch? Ähm, es sind noch... Warte, ich warte noch ganz kurz. So, jetzt sind es noch acht Minuten. Oh, acht Minuten noch. Ja. Ja, bitte? Kannst dich mal hier daneben hinstellen. So. Gleich wieder da, sagt der Schulte. Schultke. Ah, da ist er wieder. Was, aber machst du ein Foto? Ja. Wieso willst du auch bauen? Ja, willst du klauen? Von dem, hä? Hat der erfunden. Das geistiges Eigentum. Ja, ist der Hammer. Nee, warte, ist in unserer Welt. Dann dürfen wir es auch benutzen. Aber Schuhkloster ist immer noch bei der Sache. Also, er baut weiter. Er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Ist ja der Hammer. Boah, ist mir was runtergefallen hier, ey. Guck mal, der Schulte, der schmeißt hier manchmal Eier in andere Gebiete rein. Ja, ist doch nicht schlimm. Nicht stöhnen, aber stöhnen. Oh. Frosch im Hals. Mila Superstar? Ja, klar. Ich guck Mila. Aber kennen die wahrscheinlich alle gar nicht. Nee. Das war moderne Sailor Moon. Nein. Der Retro Sailor Moon. Genau, andersrum. Glas? Schulte möchte Glas. Äh, ja, ja. Hast du schon? Ja, er hat 5,6. Okay, das sollte reichen. Was baut denn der Crazy hier? Das sieht mir total crazy aus. Was baut der denn? Tja. Weiß er wahrscheinlich selber noch nicht. Der hat bestimmt noch so ein Tutorial offen nebenbei. Super crazy epic Maschinen. Schulkloster möchte Steinziegel. Ja, ich bin schon da. Da sind welche. Was? Warte mal. Nein. Peter, beantworte du für Heroes-Anfrage. Äh, was hat man hier noch? Darf ich hier bauen? Wo bist du denn da? Ach, haben wir jetzt komplette Arbeitsteilung? Doch, ein Tut dürft ihr offen haben. Kann man nicht sehen. Ja, 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 da darfst du ruhig bauen. Das ist kein Problem. Was, ein Tut dürfen wir offen haben? Was soll mir das sagen? Ein Tutorial. Ach so. Wurde ja nicht gesagt, dass er keins benutzen würde. Ne, eben. Also das sind sehr, sehr lockere Regeln hier bei uns. Zumindest bei mir, also. Aber crazy, meinst du, die Zeit reicht noch dafür, alles neu zu bauen? Jetzt fängt der schon wieder damit an. Ja, aber es sind noch 5 Minuten 30. Ja. Oh, ich mach mal wieder Tag, ne? Die Monster nerven mich sonst. Hier hast du mal eine Schaufel und eine Hacke. Dann geht das mal schneller. Ne, also. Ihr dürft auch Werkzeug anfordern. So ist das nicht, ne? Ja, das wird dann bearbeitet. Und bei Glück kriegt er das noch im Spiel. Mah. Ihre Anfrage wird berechnet. Bitte warten. Okay, crazy hat irgendwie einen Plan. Ja, hat er einen Plan? Ja, guck mal, was schon gebaut worden ist. Ja, seh ich nicht. Ah, ich muss da hingucken. Ah, okay. Also er hat sich komplett nochmal umentschieden, aber muss ja nichts schlechter sein. Ne. Es sind noch 4 Minuten 45. Oh. So, wenn man da baut, geht er bestimmt voll schnell um. So, jetzt geht's langsam zum Ende hin. Also jetzt müsst ihr nochmal reinkloppen. Jetzt noch eine Wahnsinnsfahrt. Die letzten 4,5 Minuten laufen. Die letzten 4 Minuten 20 laufen. Das mache ich jetzt die ganze Zeit so alle 10 Sekunden. Boah. Das ist ja aber fies. Das würde ich ja nur noch 24 Mal sagen, dann ist doch nicht schlimm. Ach, dann geht's ja, oder? Dann sag doch... Noch 4 Minuten 10. Dann sag doch 24 Mal nur noch irgendwas. Okay. So, bippen. Nur noch irgendwas. Genau. Nur noch irgendwas. Nein, noch 4 Minuten. So, ich habe hier gerade alle im Blick von hier oben. Ja. Okay, dieses Männchen, das ist ja schon... Schon riesig. Ich bin mir nicht sicher. Es funktioniert. Oh, Eier, komm hoch. Es funktioniert, ja. Das ist, äh... Das Männchen hat gerade was gemacht. Der ist super krass, Mann. Guck mal, das ist ein sogenanntes Steigglied, was die Hero... Ja, ich... Ja, hier angebracht hat, Peter. Komm mal her. Siehst du das? Hier, das Steigglied, wo er draufsteht gerade, das hat er gerade befestigt. Ah, sehr gut. So, noch 3 Minuten und 5 Sekunden. Oh, 3 Minuten und 5 Sekunden. Es wird immer knapper. Oh, jetzt sind es schon unter 3 Minuten. Oh, ich ahne, was Schlimmes. Was denn? Mach. Da ist ein Pisten in dem Gerät. Ja. Darfst du nicht zeigen, ne? Ist zu heftig, ne? Ja, zu heftig. Muss ich ausschwärzen. Dann musst du da nicht schwarzen oder drauf tun. Genau, obwohl du den Masturbator gezeigt hast, ne? Den Masturbator. Schau mal, komm zuerst bitte. Bitte? Kennst du das? Hier, komm mal hin. Ach, dahin. Zum Roboter. Hier so, guck mal. Drück mal. Achso. Ma. Dad, guck mal, was für dich. Warte hin. Achso. Ma, lol. Toll. Aha. Ja. Genau, aus dem Single-MP. Mit dem Spezial, Folge 666. Ja. Der Masturbator. Das war auch eine coole Folge irgendwie. Ja. Aber nur, weil wir den Masturbator gebaut haben. Das war der Hammer. Ja, das war der Oberhammer. Noch zwei Minuten. Bitte warten. Wie, ne? Ne. Braucht Schulte noch irgendwas? Ja. Er glotzt da die ganze Zeit so rum. Ja, okay, sagen wir mal, weil Bram und Hadi da waren. Ne, war das die beste Folge? Wir sagen das jetzt mal, ne? Genau. Voll die Ferdigen. Ja, voll die Ferdigen. Aber guck mal, im Gegensatz zu den anderen Folgen hat jetzt noch gar keiner eingeloggt. Ne, das stimmt. Also, die bauen wirklich alle bis zum Schluss. Das ist echt der Hammer. Also, es ist noch eine Minute 20 ab jetzt. Mach. Wer spammt denn da wieder Thunder? Ich höre mal die Maus so. Klick, 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 klick. Ich musste eine Katze töten. Ah, okay. Mit 400 Blitzen. Ja, die war widerstandsfähig, mein Gott. Ah, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, die war Heftsch. Super Heftsch. Ach ja, gibt ein geiles Trinkspiel von uns, ne? Warte. Die gucken eine Minecraft-Folge und bei jedem Catch-Race trinken die einen kurzen. Hat die mal geschrieben. Genau, jedes Mal, wenn du Heftsch sagst, oder? Oder Jau oder Penis oder so. Oder guck mal, wie blöd die sind. Genau, schon vier kurze drin wieder. Boah. Aber jetzt an die Media, nicht zum Saufen. Neo, wir brauchen eine Wolle, schnell. Alkohol ist kaum eine, äh, wer, warte, wo, wer, wer, äh. Warte, nee, du bist so hoch, warte, so. Da baut er mir vorbei, ist der Hammer. Hast du? So, noch 25 Sekunden. Der Countdown läuft. 20. Oh, oh. Oh, oh. So, noch 25 Sekunden.